Im Hause Burkhardt gibt es allen Grund zu feiern. Denn die Mama von Fernsehmoderatoren Katja Burkhardt wird stolze 85 Jahre alt. Aus diesem tollen Anlass postet Katja ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Schwester und dem Geburtstagskind zeigt. Auf Instagram schreibt die 53-Jährige Happy Birthday Mama! Unsere Mamachi wird heute 85. Meine Schwester Ruth und ich wünschen ihr, dass sie noch lange so fit, froh und amüsant bleibt. Auch Katjas Fans schließen sich mit zahlreichen Glückwünschen an. Besonders dieser charmante Kommentar bringt uns etwas zum Schmunzeln. Auch von mir herzliche Glückwünsche, aber wieso habt ihr die Mama nicht auf dem Foto? Wer von den drei Damen soll denn bitte 85 sein? Wenn das mal kein Kompliment ist. Auch wenn Katja mit ihrer blonden Lockenmäne ein wenig aus der Rolle fällt. Ein tolles Familienfoto ist das allemal.